Ok, ich guck mal. Jetzt hat er glücklich. Ey, ich halt's nicht aus. So, natürlich. Warten wir mal, wie das draußen ist. Was ist nun schon wieder? Next Bigfoot, bau dein Zeug, ist alles okay. Oh, wie süß, ich hab ein Hund hier. Nee, ich will ja helfen, aber ich mein, ich weiß nicht, was du jetzt für ein Problem hast. Ich hab kein Problem. Ja, das blieb nicht. Oh, wie ich denn runterschießen will am liebsten. So. Jetzt wirst du nicht tun. Bigfoot. Böhrchen. Ha, scheiße. Oh. Da ist ganz ein Krüber explodiert. Guck mal nach unten. Guck nicht nach unten. Darfst nicht nach unten gucken, sonst fall ich hier runter. Besser ist doch so, wenn ich dich gleich hauen werde, wenn ich dich da runterschießen werde. Ja. Sag mal, wie viele Spinnen da unten rumstehen. Zwei Spinnen und ja, die anderen Sachen sind grad irgendwie hops gegangen. Ähm, ja. Boah. Muss mich zurückhalten. Wieso sind so schlecht. Ja, mach dich. Guck dich gleich in die Hölle. Soll ich immer was mitbringen? ich hab alles äh ich hab's, du brauchst Klos, Tom äh, in der Höhle gibt's eh keins mehr da sind wir sich ja eben ausbauen das kann man dann eh später machen äh, man guckt mal so eine Frage hier gegenüber machen wir aber kein großes Fenster hin, oder? wo gegenüber? ne, wir können doch ein paar kleinere machen weil ähm, mittlerweile ist es mit den Fenstern ein bisschen zu viel oh, oh ja aber ist schön hell Mist, ich hab kein Holz mehr hier, was mach wie, du hast kein Holz mehr? du hattest ne ganze Kiste voll damit ich hab kein Holz mehr wow ja, komm, komm's jetzt mit erst komm mal in die Luft, komm mal ja, wir sind kaputt ja, wir sind kaputt ey, lass mal tausend Jahre danken kein Creeper ich furt's auf hast du ihn grad in die Luft gelassen? wenn es kaputt gegangen ist, dann äh, darfst du dich aufhören ich hab nicht viel Spaß, Janek da geh ich nicht lang ich will nichts einsammeln ich erst nimm, nein das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? ich verstehe das weg der Hund da auch ich stoppe jetzt, 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 alter Alter, nicht dein Nein! Da verrierst du alles meinen Esel nämlich jetzt. Ähm, wo ist das passiert? Ich weiß es nicht. Zum Teil kommt ein Creeper hierher. Erklär mir das. Nicht genug ausgeleuchtet. Was ist dieser Pinke denn hier? Der Esel hat jetzt kein Zuhause mehr. Danke. Ich kann Ihnen eins geben. Nein. Bei dir wird es sich sicherlich nicht gut fühlen. Dumm wie ein Esel, alles andere ist ein Creeper. Ich mag Vögel gern, aber andere Tiere mag ich auch. Ist ja schön für dich. Nein, geh nicht. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Wir sterben. Was? Ich bin durchschwede Bücherrei hier. Ich muss noch Glätter. Hä? Richtig im GC? Nein, da darfst du nicht rein. Obwohl der Lett nicht verdeutlicht. Ja, da hat Bigfoot seine Samen runtergespült. Ja, da darfst du nicht rein springen. Ich brauche dich nicht mehr zu. Iiii. Der badet in meinem Klowasser. Iiii, Alter. Iiii. Ey, mit dir will ich nichts was zu tun haben. Alter, ich fange in der Tür fest. Ekelhaft einfach. Komm her, ich schüttel mich in deinem Haus ab. Uah. Der Viertel. Iiii. Ja. Ne. Geh nicht. Entschuldigung. Hei, Gudl. Na? Ja, klar. Kommst du jetzt mit, Yannick? Oh, sorry, sorry, Yannick. Sorry. Tu ihm nichts. Er ist doch noch so jung. Ich sag dir, ich töte dich. Neta. Betrayten. Und Spaß. Äh. Was bin draußen? Uuuuuh. Uuuuh. Warte, ey toll. Der Neta lädt nicht bei mir ab. Achter, ich geh nach uns zurück und so'n Feuerzeug. Weiß ein Gas, der ist ausschießt. Dann macht ihr das vielleicht bald tun sollen. Ich muss mir das mal Platz bauen. Fändig was für, damit ich loswerfen kann. Oh, das tust du wirklich für mich? Nein. Ich brauch selbst welches. Aber egal. Für dich hol ich auch was. Schleimer. Gut, ich mag Schleimer. Ja. Dann muss ich das tatsächlich selber sagen. Ja, aber... Ich glaub, wenn ich das richtig im Kopf hatte, hat das für mich ja auch schon mal was cool. Ja, hab ich ja auch. Und zwar das Gleiche. Hahaha. Haben wir das nicht los von denen eigentlich? Und warst du hier auf der Wettbewerbschein-Level? Äh, nein. He, ich muss die ganze Zeit Arbeit füllen. Mhm. Ich hab aber betraut sich einfach nicht. Vorsi. Jetzt kommt's gleich. Wenn ich da reingehe, ja? Ja, hallo, ihr wollt ja schließlich auch noch da Viecher da drin haben, gell? Wenn ich also da reingehe, dann hauen sie ja alle ab. Ja. Nimmt auch wieder. Ja. Weil ich hab den Geruch von Bigfoot an mir. Geh weg! Geh weg! Ähm, kurz mal so ne Frage, was machen wir eigentlich für ein Dach hier drauf? Oder machen wir da gar keinen drauf? Äh, ich würd mal sagen, das können wir uns ja im Laufe der Zeit noch überlegen, ob wir da überhaupt noch ein Dach drauf machen. Nee, aber ich wollte das mal so einsprechen, damit du mal schon überlegst. Ja, du, ich überleg schon die ganze Zeit. Ich wollt dich vorhin auch schon drauf ansprechen, dann hab ich dachte, vielleicht fällt mir noch was ein. Aber, äh, überlegen wir uns einfach noch was. Ähm, weil ich wäre eigentlich für so ne Konstruktion wie auch der Welt 1 bei meinem neuen Haus. Bei dem großen. Würde, glaub ich, sogar hier reinpassen. Äh, nein. Wär dann so ein schiefes Ding. Nein. Definitiv, definitiv nein. Ich? Nein. Ich bin dein, deinen Blättern bin ich schon überdrüssig. Ich kann sie nicht mehr sehen. Wir können das auch aus Eisblöcken machen, also so ist das nicht. Hast du Eis? Nein, aber du, die Schwissacke. Hä? Behutsamkeit. Ich dachte, du hast dich hier. Behutsamkeit, bist du doof. Hab ich auf Welt 1, aber hier hab ich sie noch nicht. Hm? Ich... Okay. So, wie gut. Ja, du fielst den Close-Down-Blöcke für euch. Ich würd sagen, die Höhe und dann ist gut, oder? Bist du denn schon wieder hin? Ähm, ich weiß es nicht genau. Ja. Ach, fragt euch selber die Sachen. Boah, jetzt steht ein paar Schienen, wenn wir was gelaufen. Ich weiß nicht, wie du das gelaufen hast. Ich hatte diese Gars. Kannst du die auch? Ja. Haha. Hahaha. Das kam jetzt geil. Ähm, gut, aber wir wollen doch die Türme ja größer machen, ne? Deswegen frag ich ja auch, wie es hier wär. Oder was du davon hältst. Nee, vom Haus her reicht's. Ja, aber ich mein halt, ähm, die Türme, die machen wir ja schon größer. Noch größer. Was ist? Du hast gesagt zweieinhalb, ich hab g'sagt drei. Ja, das Haus jetzt, ja. Ja, ich hab ja... Bist du. Ich hab ja gemeint, die Türme sollen größer wie das Haus sein, aber ich wollte halt... Wie viel größer denn genau? Weißt du ja nicht? Mach doch einfach. Ich mach ja meinen Job und so und... Dann werde ich hoffentlich auch dafür bezahlt, ich weiß es nicht. Ja, ich will gerade mal zum Klaus-Torn rüber. Ich will mal produktiv sein nach Folge. Auch sonst bist du nicht. Saubere bin ich schlecht voll. Oh, ich mach dich nicht. Ah, ich hab sogar Rechner gehabt. Ja, ich hab sogar Rechner gehabt. Yay. Brake, doch. Ich muss den Blob so nach oben hin. Hallo. Wir müssen die Gaszeiten. Wer ist nach hier oben? Cool. Du könntest ja auch sehen, ne? Zurücksetzen. Ich hör mir deine Sachen auf. Lass mich raten. Da kam jemand zu Gast. Was? 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 Warum? Wer hat mich zu verletzen? Da kommt mich zu verletzen. Das muss aber ich noch eine ganz blöde Frage. Hat's geholfen? Also, die Meldung, dass er gestorben ist, ähm, ich glaube, die da gerade ist. Äh, Bigfoot, ich hätte das aber jetzt auf der anderen Seite drüben gemacht, mit der Leiter. So, jetzt sind wir auf der Außenseite. Ja, ich hätte... Von ganz nach oben hätte ich es dann... Ah, egal, lassen wir es halt so. Ich hoffe, ich trinke ein. Kann man ja eine Leiter benutzen zum Hochlaufen. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ui, eigentlich. So, Gurdl, äh, machen wir eigentlich hier ein, ähm, das Ding komplett zu? Ich, ähm, dass die Türen dann so sind? Ja. Ja, außer ein Dach, ja. Yay! Ähm, Problem ist, ich habe keine Stärken heute mehr. Hier. Ja, ich habe dir gesagt, das bisschen reicht nicht. Aber, naja. Ich kann mein Holz holen. Ich werde hier immer zum Arbeiten, verdammt. Naja. So, mach's mir nächstens mal was. Ich möchte meinen Anwalt. Dann rufen an. Ich muss mein Essen nicht. Ich brauche mein Essen, das ist wichtig. Ja, also brauchst du deine Kalorien. Jetzt, den Krank hättest du eigentlich behalten können, Janik. Ja, Janik, den Krank hättest du behalten. Ach, sorry, sorry, sorry. Ich dachte, ich brauche, ich muss raus. Ja, dann knackig raus. Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihm, dass du es kannst. Okay. Ich muss vorher sparen können. Was? Ja, den Creeper vor meinen Fenstern, Alter. Ich wollte einfach immer nur Hallo sagen. Wurde, ich meine, Bigfoot, ich habe was für dich. Was hast du denn? Groß und lang. Oh, nee, oh, nee, nein, hör auf. Nein, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Der italienische Wurst. Ähm, ja. Also das Niveau, das ist bereits gesunken, also tiefer geht's nicht mehr. Was kommen wir in den Reihen raus? Ich habe das Niveau, so, dann gesunken, aber naja. Also zwecks Niveau, warte ich erst mal noch ab, der Abend ist noch jung. Vielleicht jetzt, wir haben gerade mal fünf. Jo, mein halbes Haus klingt geil. Ich betrete den Heidenkanzel. Ähm, du verdreht, das ist aber nicht gerade mein Wetter, oder? Das ist für mich der einzige Temp. Hey, Bigfoot, Bigfoot. Komm her. Wo ist die Entschuldigung, wo ist die Entschuldigung? Wo ist die Entschuldigung, wo ist die Entschuldigung? Alter, das war jetzt fies. Mir hat's gefallen. Also, mir nur so halbwegs. Ja, da ist sie ja. Ja, da ist sie ja. Ich bin kein Bigfoot. Anf ich mal, ich wüsste auslaufen. Bin keine Ente. Bigfoot, komm her. So ein feiner Bigfoot. Jetzt ist Bigfoot, jetzt komm her. Was groß ist, lang ist? Also steh ich immer drauf. Ähm. Ja, war's. Ja, war's. Ich bewertet. Was? Yay. Nice. Ich bin noch 14 Stück. Dankeschön. 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 Sehr nett. Ich bin nämlich ein Friedensangebot. Zwischen uns gibt's kein Frieden. Hohohohoho. Das war ne Ansage. Das war keine Ansage. Ja. Fuck, ich komm hier nicht raus. Fuck. Bist du schlau. Autsch. Ich bin runtergefallen. Haha. Also, wir machen das so hoch. Dann was macht die hier. Ach, wie immer halt. So ein bisschen was bauen und... Wollte ein bisschen ärgern. Stopp. Das mach ich mal. Ich ärgern. Nein, das ist immer noch mein Job. Wer hat euch denn grad getruggelt? Daumen wir mein Job. Daumen wir unsere Jobs, verdammt. Ja. Ihr werdet gegen einen Eurojobber ersetzt. Yay. Der schafft mehr wie wir. Äh, wer boostet hier denn schon wieder so ins Mikro rein? Also, ich will ja nichts sagen, aber... Also... Ah, nicht? Ich will sich hier keinen Namen nennen. Alter. Ausfliehendes Bruch. Aus, Alter. Bröse. Du darfst mich vorhin trauen. Man, ich wollte grad'n Spruch berringen. Berringen. Ja. Ich hab's zu dir. Tu mal. Einfach nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ach, guck mal, hier ist ein Hundi, wie süß. Wie sweet. Autsch. Autsch. Creeper. Autsch. Ähm. Lass mal streicheln. Bigfoot. Die Höhe hier. Oder bin ich noch höher? Er steht auf steine Sachen. Alter, das ist... Ich bin hier bestaunt. Ähm, nein, ähm... Das heißt, das ist hier zu niedrig. Genau. Es müsste um eins zu niedrig sein. Eins, zwei, drei, vier... Und hier sind's drei. Ja, ich glaub, das kann man so lassen. Okay, hast du noch Birkenholz für mich? Da kann ich nämlich die anderen schon mal anfangen. Alter, da hätte ich dir tatsächlich was. Merci. Doch, nicht. Das habe ich. 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 Ich müsste mal so ein kleines Sichtfenster machen, damit man hier die Leute irgendwie so ganz heimlich mit einem Bogen abschließen könnte. Das kann man auch einmal machen. Aber das kommt auch. Wie in eurer ersten Welt. Das haben wir dort nicht gemacht. Hat da einer halt bei unseren Videos angeguckt? Neu. Du meinst aber nicht die Palkon-zu-Palkon-Abschieß-Aktion. Und wo Bigfoot dann draufgegangen ist. Ständig. Ständig? Geht immer drauf. Das ist mein Hobby. Ha, siehste. Ich habe Hobbys. Ha, ha. Wenn man keine Hobbys hat, dann geht man einfach drauf. Könnte ein Song sein. Der. Siehste'.